Ich glaube, dass alle Menschen von Gott ausgleiche Recht auf Freiheit gegeben wurden. Ich verspreche, in dem Plan der Frau von Freiheit, um die Anleitung des Standes zu lassen, auch immer sehr abgebildet wird. Die Ausgleichung des Stuttgart wird der Schlagung des Stuttgart Der Schlagung des Stuttgart Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Amen. 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 Amen.